Hallo liebe Zuschauer, ich werde oft gefragt, wie kann ich mich denn gesund ernähren und wie macht denn das ein Sternekopf? In meiner Kochschule kann ich Ihnen nur eines wirklich verraten, die gesunde Ernährung gibt es erstmal pauschal nicht. Es gibt bis heute noch keine wissenschaftliche Studie, die belegt, was ist gesunde Ernährung. Deswegen, man kann aber schon für sich was tun, aber deswegen rate ich, hören Sie doch mal auf Ihr Bauchgefühl. Ihr Bauch sagt Ihnen die Wahrheit, wenn Sie zum Beispiel Gelüste haben nach irgendwie was, dann versuchen Sie die nicht zu verdrängen. Wenn Sie ein ehrliches Gefühl, sagt Ihnen schon, ich habe heute Appetit auf was Herzhaftes oder ich habe Lust auf was Süßes. Das ist das Bauchgefühl und das ist schon mal die Wahrheit, die Sie sich gönnen können. Das zweite ist, wo Sie auch ein bisschen aufpassen sollten, ist ganz einfach mit Leitprodukten. Leitprodukte, das ist so ein bisschen sehr wischiwaschi und sehr verschwommen und ich kann es Ihnen nicht empfehlen, dass Sie das einfach zu sich nehmen sollten. Streichen Sie die und ersetzen Sie die mit nur ganz normalen Produkten und Sie werden langfristig sehen, dass Sie mehr Spaß dabei haben. Es gibt natürlich noch einen einfachen Tipp, den auch wirklich jeder für sich zu Hause befolgen kann, beziehungsweise nachmachen. Essen Sie einmal am Tag, nur ein einziges Mal, was frisch gekocht ist. Sie werden sehen, Sie werden weniger Stress haben mit der Gesundheit. Viel Spaß!